Mit freundlicher Unterstützung der Shooter Squad aus Butzbach haben wir hier eine SIG Sauer P226 X5 SO. SO steht für Special Operations. Dies ist eine der wenigen X-Waffen von SIG Sauer, die zum Beispiel im BDMP auf der Dienstpistolenliste draufstehen, da dieses Modell tatsächlich dienstlich geführt wird. Wir machen mal den Transportkoffer auf und schauen uns das Gerät mal an. Ihr seht, das ist eine werksneue Waffe. Sie ist tatsächlich noch original verpackt und wir holen sie mal aus dem Verhüterli. So, ihr seht auch, hier sind überall noch so ein bisschen die Ölspuren vom Werk. Das ist relativ normal. So, hier merkt man auch direkt, diese Waffe hat ein sehr hohes Eigengewicht, was sich natürlich auch in einem sehr geringen Rückstoßverhalten widerspiegelt. Wir bewegen uns hier im 5 Zoll Bereich, deswegen X5, haben hier eine starre Visierung. Auch wenn es nach einer verstellbaren Visierung aussieht, es ist tatsächlich eine starre Visierung. Für SIG Sauer typisches Dienstvisier. Hinten Single White Dot im Zentrum, sprich White Line und vorne ein kontraststarker Leuchtpunkt auf dem Korn. Front Serrations hier vorne, fürs Press Checking oder das schnelle Durchladen. Wir haben hier unten eine entsprechende Zugehörschiene und diese Waffe ist eine Single Action Only. Daher auch kein Decocker mehr. Mit im Lieferumfang enthalten, haben wir zwei Magazine. Eins eingeführt, eins original verpackt in der Tü, in der Kiste. Und dann haben wir hier auch noch ein paar Imbusschlüssel und noch dabei ein SIG Sauer Einstellschlüssel für eine verstellbare Visierung, wenn man eine drauf macht. Plus original 25 Gramm SIG Sauer Waffenfett. Diese Waffe liegt preislich in der Shooters Corner bei 2399 Euro. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Teil schießt sich echt hervorragend. Wir sprechen hier über absolut super enge Passungen. Da klappert, da wackelt überhaupt nichts. Das Ding ist handwerklich hervorragend gefertigt. Wir haben einen knochentrocknen Abzug mit einem extrem kurzen Reset. Wenn ihr jetzt einmal mal drauf achtet und da sind wir schon da. Also das ist ein Reset, da muss man ganz ehrlich sagen hervorragend. Auch hier SIG Sauer untypisch. Ich komme bei dieser Pistole sogar relativ gut an den Abzug. Das habe ich bei Standard P-Serien nicht. Der Griff ist ein bisschen schlanker als bei der normalen P-Serie. Dadurch bessere Griff-Ergonomie. Von daher kann ich wunderbar den Abzug direkt geradlinig nach hinten ziehen. Wir haben beidseitig bedienbare Sicherungshebel. Links wie rechts für Abzug und Hammersicherung. Plus hier hinten gut erreichbar den Verschlussfanghebel. Um die Waffe zu zerlegen, SIG Sauer typisch. Schlitten nach hinten arretieren. Zerlegehebel 90 Grad nach unten. Schlitten nach hinten nehmen. Und nach vorne wegziehen. Und dann den ganzen Rest runterziehen. Wir haben auch hier komplett durch langes Dust Cover. Was auch wieder das Gewicht entsprechend erhöht. Das hier ist die SIG Sauer P226 X5 SO Special Operations. Zum Preis von 2.399 Euro in der Shooters Conne im Butzbach. Und jetzt schalten wir direkt rüber auf den Schießstand, wo ich dieses Teil mal schießen durfte. Sprich, das ist jetzt eine werksneue Waffe. Ich habe ein Vorführmodell bekommen zum Schießen inklusive einem anschließenden Ergebnis. Und geschossen haben wir, um den Vergleich einfach beizubehalten mit der Walther PPQ, was die Entfernung betrifft, auf 7 Meter. So Delle, dann wollen wir mal die X5 SO mal auf 7 Meter testen. Da bin ich selber gespannt. Wie gesagt, die P226 X5 SO ist tatsächlich auch für Dienstpistole 1 und 2 im BDMP zugelassen, ob man es glaubt oder nicht. Sie wird tatsächlich weltweit bei Spezialeinheiten geführt. Wollen wir mal gucken, wie sie sich auf 7 Meter schlägt. Wollen wir mal gucken, wie sie sich auf 5 Meter schlägt und wie sie sich auf 1 Meter schlägt. Und dann kommen wir mal gucken. Was sie bestehen, so haben wir nicht geschaffen. Und die P226 X5 wäre beherren und dann kommen wir mal aus. Eizend. Oh, was ein brutaler Reset. Muss ich mal nachgucken, der erste Schuss war irgendwie fort, oder? Nein. Alles sehr zentrisch, sehr schön in der Mitte, zwei Tiefschüsse, die habe ich aber selber gemerkt, die habe ich verrobt, so ganz leicht, aber nicht so weit, wie mit der PPQ. Da weiß ich auch nicht, was ich da angestellt habe, bei der PPQ, das war... Wir legen nochmal fünf Schuss nach. Das ist Kontrolltest. Also der Reset ist echt brutal kurz, das muss man ganz ehrlich sagen, reiner Single-Action-Abzug. Rückstoß sehr moderat, sehr gering, natürlich aufgrund des hohen Eigengewichtes. Visierung sehr schön kontrastreich, Sig Sauer typisch, Strich in der Kimme und weißer Punkt vorn. Das macht eine Side-Alignment sehr sehr einfach und intuitiv. X5-SO, sehr schöne Waffe, liegt mir im Vergleich zu den Standard-P-Serien relativ gut in der Hand. Preislich liegen wir in der Shooter's Corner bei 2399. Sig Sauer P226, X5-SO Special Operations, sehr schöne Waffe. those Forest, Vielen Dank.